Liebe Freunde, hier ist euer Faddy. Willkommen zurück zu SpaceAven, ihr Lieben. Und jo, willkommen hier zurück zu Enterprise und zu der Frage, ob wir uns jetzt trauen wollen. Ja, also hier ist ein Piratenschiff, ist uns feindlich gesinnt. Ich werde das mal dazu nutzen, um hier mal anzugreifen. Wir warten mal ganz kurz da drauf. Ist dann an wichtigen Ressourcen gering? Ja, klar. So, wir werden jetzt mal drauf warten. Und die werden auf uns schießen, glaube ich, bald. Und deswegen werden wir mal das nutzen und schauen, ob wir hier denn nun hier kämpfen können. Ähm, ich sehe jetzt gerade, Schütze ist Myra nur. Können wir hier nicht noch Sufjan oder so nehmen? Wir werden hier jetzt zugeballert. Ähm, und jetzt, ihr Lieben, müssen wir mal schauen, wie das läuft. So, jetzt können wir schießen. Ihr Lieben, wir werden das jetzt mal nutzen. Wo sehe ich nochmal die Kanonen? Ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich habe das noch nie gemacht so richtig. Ähm, Angriffssysteme. So, wir haben ja jetzt Waffen, die, äh, die hier so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die, äh, das Schutzschild zerstören könnten. Überladung, Schaden, Schaden an Anlagen, Schild- und Rumpfschaden. Wir schießen erst mal mit diesen Kanonen. Die Raketen benutzen wir später. Wenn es drauf ankommt. Wir ballern mal jetzt hier drauf. Äh, soll ich mal mit den Raketen da mit drauf schießen? Ich bin echt mal gespannt, wohin das führt. So, Schilder sind schon mal weg. Ich möchte jetzt, äh, nochmal hierhin schießen. Boah, das scheppert ordentlich, Leute. Scheppert ordentlich. Boah, das hat gescheppert. Sehr schön. Ähm, kann ich hier denn nicht irgendwie das so auswählen? Und jetzt noch mal, ähm, kann ich hier nicht irgendwie alle auswählen? und dann so und dann nee, also da, da muss ich mich nochmal schlauer machen, wie man das hier besser bedient. Äh, ja, schießen wir mal hierhin. Wobei, ne, Schild hat er eh nicht. Ich werde mal hierhin schießen. Ah, da ist ein Schildgenerator. Okay. Los, weiter, weiter schießen. Ablehnen. Oh. Ähm, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir werden jumpen müssen. Ich hoffe mal, wir können das hier noch drehen. Was passiert hier gerade? Warum, ähm, Sufjan schießt? Müsste gleich schießen. Äh, Shit. Oh, ich habe das unterschätzt. Ähm. Misty. Können wir nicht schießen, während wir hier... Doch, wir können schießen. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Kommt schon. Kommt schon. Oh, das muss halten. Ähm. Die Geschütztürme. Oh, Leute. Spannend, spannend. 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 Warum treffen wir die nicht? Okay. So, ich glaube, das haben wir geschafft. Oh, war aber irgendwie so ein bisschen knapper, als ich es erhofft hatte. Ähm. Uh. Kommt schon, Leute, hey. Ich muss mal die Leute zum Arbeiten schicken. Zeitplan. Äh. Kann ich das hier aussetzen? Äh. Äh, je-je-je. Äh. ablehnen. Wir kapitulieren jetzt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriegen wir das nicht hin? Kommt. Kommt. Die Waffe muss weg. Kommt. Warum schießen die da nicht rauf? Ablehnen. Wir werden mal meinen Hyperantrieb abschalten. Warum schießt der nicht? Äh, nee. Wir werden folgendes tun. Wir müssen das hier vernichten. Schwierig. Leute, 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 Leute. Wie können die denn meine Kapitulation verlangen? Ich check das nicht. ? Ich bin mir. Ich bin mir. Oh, come on, Leute. Ich glaube, wir müssen hier immer wieder das wiederholen. Damit die hier auch schön raufballern. So ganz genau gecheckt habe ich es jetzt auch nicht. Nee, wir wollen nicht kapitulieren. Oh, komm schon. Oh, das wird anstrengend. Oh, das Schiff ist zerstört. Ups. Okay. Okay, was machen wir jetzt mit denen? Die holen sich da nochmal Sauerstoff. Enter-Kommando rückt raus. Okay, jetzt wird es interessant, Leute. Uh, ja. Dass die hier noch versuchen zu entern, ne? Das ist auch interessant. Ach so, kann ich hier nicht alle auswählen? Alle hier hin? Wer hat keine Knarren? Valerie hat keine Knarren. Status, Zustand. Habe ich hier irgendwo noch Knarren? Hier sind keine. Hier sind noch Waffen. Nee, wir wollen mal gucken, wer Knarren hat. Also Sufjan kommt schon mal, also Sufjan kommt, ähm, hier hin. Also Sufjan kommt hier hin. Michelle kommt hier hin. Mayra kommt hier hin. Maureen kommt hier hin. Laurence kommt hier hin. Judith kommt hier hin. Hadley, Hadley kommt mal hier hin. Valerie kommt mal hier hin. Valerie kommt mal hier hin. Emeline kommt mal hier hin. Einer kommt hier hin. Damarion kommt hier hin. Deiner kommt hier hin. Dann kommt hier Claudia hier hin. Amaryllis kommt mal hier hin. So, dann haben wir alle einmal zusammen. Äh, das wird spannend, Leute. Die wollen uns entern. Notfunkbarkes aktiviert. Jetzt schauen wir mal, wer von denen am besten ist. Also Fertigkeiten, Waffe 3. Der holt sich schon mal, oder die, holt sich hier schon mal eine sekundäre Waffe. Und die soll auch in Benutzung sein. Dann kann man auch gleich hier hin gehen. Dann haben wir hier Fertigkeiten. Waffe 1, Waffe 1 nur. Kommt da nochmal sowas hin. Äh, Valerie. Haben wir hier noch ein Dreierjahr? Waffe 1, Waffe 1, Waffe 1. Alles klar. Haben wir hier jemanden mit einer Sekundärwaffe, die aber Besseres kann? Ja. Die holt sich mal... Diese Person. Die kommen auch näher. Nee, die kommen nicht. Oh, doch. Die sind gleich da. Die werden jetzt hier erst mal warten. Okay. Die haben sich ergeben. Hui. Hammer. Boah, Leute. Das wird ja jetzt ein Spaß hier. Ähm. Das wird echt ein Spaß. Uiuiui, Leute. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Gleich festnehmen. Gleich festnehmen. Gleich festnehmen. Wir wollen die erst mal hier einsperren. Erstmal hier einsperren. Was haben die beiden gemacht? Kann man die nicht festnehmen? Kann man die nicht festnehmen? Sprechen. Besatzung gefangen nehmen. So. Neue Instruktion zum Thema Gefangene. Benutze das im Baumenü befindliche Wertzugberechtigung, Zellenbereich, um auf deinem Schiff ein Gefängnis zu richten. Ähm. Ähm. Kann Damarion hier nicht... ...Sufjan ins Arztbett bringen? Ja, das tut er mal. Und die gehen mal jetzt hier hin. Alle. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Die holen sich hier noch anscheinend Sauerstoff. So, bin jetzt echt mal gespannt. Äh. Sufjan bleibt da. Wir müssen das hier nicht mehr bedienen. Äh. Hier auch nicht mehr. Und dann geht's mal weiter. Ich will die mal hier festhalten. Erstmal. Ähm. Was machen wir hier jetzt draus? Und zwar sieht das folgender Weise aus. Wir müssen hier... Mh. Na, wo war das? Bearbeit... Ah, hier. Berechtigung. Flüchtlingsbereich. Zellenbereich. Das soll unser Zellenbereich werden. Zellenbereich. Zellenbereich. Ja, auf mir zu folgen. Nein, die sterben doch schon fast. Jo, Leute, das werden wir jetzt mal im Zuge der nächsten Folge sehen. Das Piratenschiff ist auf jeden Fall zerstört. Werden wir uns nochmal anschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi. Bis zum nächsten Mal.